Okay, wir kommen bei einem neuen Part Pokémon Pearl. Heute schauen wir uns die Stadt Elysis an. Fangen wir zuerst mit dem Pokémon Sender an. Was bringt dich an einem Ort, der so weit vom Rest der Welt entfernt ist? Hier gibt es doch nichts zu sehen, außer ein paar verwirrten Pokémon Reliefs. Hm, das stimmt. Warum sind wir dann eigentlich hier? Okay, wir können gleich wieder gehen. Also, warum schauen wir uns die Stadt überhaupt an? Ach ja, richtig. Die Story verlangt das. Oh, das ist interessant. Zeig mir mal dein Pokémon. Das ist ganz offensichtlich. Es mag dich wirklich sehr. Hier, das ist für dich. Superball erhalten. Was wäre, wenn mein Pokémon mich abgrundtief hassen würde? Würdest du mir da trotzdem ein Superball geben? Naja. Es kommt auf das Vertrauen zwischen Trainer und Pokémon an. Gegenseitiges Vertrauen ist der Schlüssel zum Sieg. Dieser Ort soll bereits seit der Entstehung Sinus existieren. Aha. Okay, ähm... Ja, es ist abends, genau gesagt. 18 Uhr 28. Äh... Fangen wir zuerst an. Also, die, äh... Stadt... ...ist... ...an einem Krater gebaut. An einem Meteoritenkrater oder sowas. Ihr seht, in der Mitte ist ein fetter, fetter Krater. Wie der entstand, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht durch einen Meteoriten oder sowas. So. Hey, weißt du, was die Legende sagt? Ein Pokémon soll diese Region Sinnum gestaltet haben. Aha. Interesting. Oh, ein Woneura. Neura. Okay. Das heißt so viel wie Hallo. Ich muss mich am Riemen reißen und trainieren. Und da ist Zeit unwichtig. Daher habe ich auch keine Verwendung für diese Uhr. Hier, die schenke ich dir. Analog Uhr. Achso, Analog Uhr, okay. Die Analog Uhr zeigt dir die aktuelle Uhrzeit an. Ich wechsle mal schnell. Ich habe keine Lust, das noch mal zu pausieren. Also mache ich das jetzt inscreen. Ich werde hier mal kurz... So, jetzt haben wir den... Rechte im Bildschirm. Die Analog Uhr ist im Prinzip... Ah, gerade hatten wir es. Das ist quasi eine ganz normale Uhr, wie man sie halt kennt. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist bestimmt auch so bei so Fernsehern. Wenn man seinen Fernseher anschaltet, dann sind da auch nur verschiedene Kanäle, wo man erst umschalten muss, damit sich der Receiver aktiviert. So, hier haben wir die Analog Uhr. Ist im Prinzip eine stinknormale Uhr, wie man sie halt kennt. Wir haben hier auch noch eine Digitaluhr mit digitaler Anzeige. Was einem die Analog Uhr bringt, kann ich euch nicht genau sagen. Wenn man halt so ein traditioneller Fan einer... normalen Uhr ist, dann hat man halt so eine Analog Uhr. So, ich hoffe, das passt vom Rand her. Okay. Analog oder digital, stell ein, was immer du magst. Es gibt viele Arten von... Warte, 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 keine Ahnung. Das interessiert mich auch nicht. So, ich brauche meinen Pokeradar nochmal. Das ist das Wichtigste. Ach, verdammt. Warum habe ich... Ich habe es wieder übersprungen. Mensch, es ist so ein Krampf. Jetzt habe ich es wieder. Okay. Gut. Das war auch schon der Süden der Stadt. Schauen wir mal nach, was im Norden ist. Ein weiteres Haus. Boah, ich bin total müde heute. Deswegen, äh... Entschuldigt, falls ich öfters mir an die Augen reiben sollte. So, ähm... Ja, ich habe heute nicht gut gepennt. Das gebe ich zu. Ca. 4 Stunden habe ich nur gepennt. Mal wieder. Keine Ahnung, warum ich in dieser Zeit so wenig schlafe. Aber egal. Das sollte uns nicht aufhalten. Setzt man eine Brille auf, verändert sich die Sicht auf die Welt. Und setzt man eine Brille ab, ändert sich die Sicht auch. Philosophisch, was? Möchtest du, dass dein Pokémon eine andere Sicht auf die Welt bekommt? Schattenglas, verstärkt Umlichtattacken. Das Sonnenlicht ist heute sehr grell. Wie wäre es mit einem Schattenglas? Ein Schattenglas erhöht die Kraft von Umlichtattacken. Ja. Wie erwähnt, er wird, ähm... Wie ich schon erwähnt habe, ist, er versteckt die Kraft von Umlichtattacken. In diesem Ort gibt es keinen Pokémon-Supermarkt. Was? Stattdessen kannst du in diesem Haus hier Items kaufen und verkaufen. Aha, dann kann man doch gleich einen Pokémon-Markt daraus machen. Na ja. Das ist ein altes Buch. Kevin fängt an zu lesen. Als das Pokémon geboren wurde, bereicherte es unsere Intelligenz. Und damit unser Leben. Als das Pokémon geboren wurde, bereicherte es unsere Gefühle. Machte uns mit Freude und Leid bekannt. Als das Pokémon wieder geboren wurde, stärkte es unsere Willenskraft. Und unsere Tatkraft. Aha, interessant. Woher kommst du? Hm, Speilberdorf sagst du. Ist das nicht in der Nähe vom See der Wahrheit? Man sagt, der See sei der Heimat von Westbrit. Dem Wesen der Emotionen. Aha. Meine große Schwester studiert die Mythologie Sinus. Sie will wissen, wie Pokémon und Menschen in alten Zeiten miteinander lebten. War es damals anders als heute? Oder war es genauso wie heute? Man sagt, sie sagen, dass sie bei ihren Forschungen auf diese Fragen stürzt. Was? Egal. Hier ist noch ein alter Typ. Hallo, stimmst du die Geschichte dieser Region? Mehr oder weniger. Eher flüchtig. So, versteckte Items. Verdammt. Ich dachte gerade, da wäre eins bei den Bäumen. Na ja. War es aber nicht. Mitten in dieser Region erhebt sich der Kraterberg. Er ist dem Himmel näher als alles andere in dieser Region. Aha. Wenn ich auf dem Kraterberg klettern würde, könnte ich dann wohl ganz Sinus sehen? Wahrscheinlich. Gut, wir haben die Stadt erforscht, soweit ich... Ja, ich glaube, wir haben die Stadt erforscht, oder vielleicht auch nicht. Sieht für mich erforscht aus. Was gibt es nicht auf dieser Route? Ah ja, Bären und Trainer bestimmt. Okay. Das ist eine Prisiv-Bäre. Oder Prisiv-Bäre, was auch immer. Gut, ich glaube, ich mache schnell die Route und dann schauen wir uns an, was im Zentrum der Stadt ist. Aber zunächst greife ich noch die Bären hier ab. Ja, ich glaube, ich mache ein kleines Lägerchen. Ich glaube, das würde mir nicht schaden. Dann kann ich, während ich rendere, gleich ein bisschen chillen, sag ich mal. Und dann lohnt sich auch die Wartezeit, weil während ich rendere, kann ich nichts am Computer machen, da es Leistung von meinem PC nimmt. Haha. Ich kann es kaum erwarten. Und los. Oh, da oben ist eins der Schneiderbusch. Amon. Glühwunkel. Kampf und Gift. Sollte vielleicht zu schlagen sein. Gut, da... Oh Gott, Kampfweich ist viel zu stark. Viel, viel zu stark. Ich muss meinen Pokémon mal an eine andere Position schieben und Bronzong an der erste Stelle setzen. Denn Bronzong soll sich auch entwickeln. Genauso wie unser Pliabrin. Oder Pliabrin. Was auch immer. Medity. Jetzt werde ich wechseln. Oder soll ich nicht wechseln? Äh, ja doch. Bronzong wird es schon schaffen. Hoffe ich zumindest. Alles klar, Sondersensor. Die Attacke ist normal stark, weil Pliabrin ist vom Typ Kampf ist, aber auch vom Typ Psycho. Und Psycho gleich quasi die Schwäche vom Kampf-Typ wieder aus. Daher ist die Attacke normal stark. Gut, nochmal Sondersensor. Vielleicht wird es ja ein Volltreffer, wenn wir Glück haben. Und dann müsste das gegessen sein. Wir haben fast volle Kp. Bis auf einen haben wir fast volle Kp. Hast du jetzt Gedankengang genutzt? Meine Tastatur hat sich gerade eingeklappt. Ich hab dann nämlich solche... Ich zeig's euch mal schnell. Ich hab dann nämlich solche Dinge hier. Von hier. Ja, die kann man hier so umstülpen. Falls man seine Tastatur erhoben haben möchte. So, ich spiel immer... Damit ihr die Tastatur nicht hört, nehme ich sie immer auf meinen Schoß. Damit, ja... Damit ihr die Eruption nicht hört, weil wenn ich sie auf den Tisch lege, dann hört ihr das am Mikrofon. Und deswegen lege ich sie auf den Schoß. Also nicht verwundert sein, wenn ich sie gerade so aus dem Nichts herausgeholt habe. Oh, Mann, Schock. Ein leichter Gegner. Geowurf ist nicht so schlimm. Zieht nicht so viel ab. 29 Kp ist in Ordnung. Ich erwähne irgendwie immer die Kp-Anzahl, wenn ein Gegner Geowurf benutzt. Fällt mir so auf. Ich habe ja schon eins meiner Pokémon Let's Plays komplett gesehen. Und zwar habe ich mein Kristall-Let's Play komplett gesehen. Während der großen Let's Play Pause, da war mir ein bisschen langweilig. Und da hatte ich Sehnsucht am Let's Plays aufnehmen und habe mir einige meiner eigenen Let's Plays angeschaut. Nämlich das Kristall-Let's Play. Mir sind auch ein paar Fehler aufgefallen. Zum Beispiel habe ich da ziemlich häufig ein paar Sprüche wiederholt zwischen den Parts. Welchen zum Beispiel fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Wenn ich näher darüber nachdenke, fällt es mir vielleicht ein. Aber ich habe da ständig irgendwas immer wieder neu erwähnt. Immer wieder dasselbe gesagt. So, alle zwei Parts immer dasselbe. Und das kam bei mir nicht gut rüber. Und das versuche ich jetzt mir abzugewöhnen. Ich glaube im Peri-Let's Play ist es auch schon passiert, dass ich ein paar Sprüche mehrmals gesagt habe. Ich nehme meinen Noctu überall hin. Noc, hast du nicht gewonnen. Noc, hast du nicht gewonnen. Flachwitz. Wir reißen ja jeden Freitag. Da bin ich mit meinen Kumpels unterwegs. Da reißen wir immer so Flachwitze. Aber dieser Flachwitz toppt alles. Noc, hast du nicht gewonnen. Perfekt. Oh, ich habe wieder vergessen die Position zu ändern. Muss ich mir aufschreiben. Muss ich es mir aufschreiben oder weiß ich es von selber. Also wenn ich es jetzt vergessen sollte, dann schreibe ich mir beim nächsten Mal auf. Noc, hast du nicht gewonnen. Noc, hast du nicht gewonnen. Perfekt. Ah, fast ein OTK. Okay. Das Noc hat nicht gewonnen. Ich frage mich, wie es im englischen Spiel so geschrieben worden ist. You haven't won near it. Wahrscheinlich. Und dann ein Wortspiel mit Noc2 irgendwie. Oder im englischen heißt Noc2 ja anders. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Aber da haben die wahrscheinlich ein anderes Wortspiel daraus gemacht mit dem Namen von Noc2, bloß im englischen. Ich bin stark, 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 ich bin schwach. Wirklich, ja, ich bin stark, ich bin stark, okay, jetzt bin ich bereit. Wow, du hast mich erschreckt. Du wirst gleich verstehen, wieso ich die eine... Was, wieso, wenn du diese Themen gesehen hast. Themen 77. Was das ist, habe ich keine Ahnung. Ich versuche es dir in ganz einfachen Worten zu erklären. Angenommen, dein Gegner verwendet Herdner und erhöht seine Verteidigung. Wenn dein Gegner jetzt Psycho Plus verwendet, erhält er die gleiche Verteidigung. Verbesserung, äh, Verteidigungsverbesserung wie dein Gegner, das ist Psycho Plus. Ähm, und das bezieht sich auf alle Schatzveränderungen des Gegners. Psycho Plus ist gut kombinierbar mit der Attacke Angeberei. Aber leider ist es so, dass die meisten Pokémon, die Psycho Plus können, eher mit Spezialangriff angreifen. Also von daher ist die Attacke eher fraglich. Während ich Ruinen erforschte, sah ich einen Trainer. Dem musste ich nachgehen. Und warum erzählst du mir sowas? Warum erzählst du mir alle solchen sinnlosen Mist? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als irgendwelche Trainern zu sprechen? Könnt ihr ihm eure Lebensgeschichte erzählen und dann gegen ihn zu kämpfen? Oh, Bronzel gegen Bronzel. Könnte interessant werden. Bizarro Raum. Nein, Hypnose. Unsere was ist schneller. Kampf der lahmen Pokémon. Er erhöht seine Verteidigung. Das ist mir egal. Ich greife eh mit Spezialangriff an, die nicht effektiv ist. Ich werde meinen Pokémon wohl wechseln müssen, weil das wird so wenig abziehen. Da muss ich eher wechseln, damit der Kampf nicht zu langweilig wird. So, die Schwäche von Bronzel ist Boden und Feuer. Feuer. Wir haben leider kein Feuer und auch kein Bodentyp. Ich benutze Frau Löwe, weil Frau Löwe mit Elektrattacken immerhin noch einen normalen Angriff. Einen Angriff von normaler Stärke durchführen kann. Sagen wir es mal so. Funkensprung, oder? Bis Funkensprung, bis... Äh, Bronzel hat eine höhere Verteidigung, aber Funkensprung ist genauso physisch. Komm, ich mal Funkensprung. Funkensprung ist heute die stärkere Step drauf. Das erhöht die Stärke um 50%. Es ist aufgewacht. Ach, bitte nicht. Willst du mich nerven, indem du deine Verteidigung noch weiter erhöhst? Funkensprung. Anweiler Pokémon. Ha, Volltreffer. Nice. Nachforschungen haben ergeben, dass diese Träne stark ist. Ouch. Und hier ist ein Ninja-Junge. Schnelligkeit ist die Waffe eines Ninja. Kannst du mithalten? Selbstverständlich. Zwei Pokémon. In der dritten Generation gab es auch Ninja-Jungen. Und die hatten meistens einen Ninjask. Oder ein... Ninjask. Ninkara im Team. Weil... Ninjask. Soweit ich weiß, neben Deoxys, der schnellen Form, eines der schnellsten Pokémon ist. Warum habe ich Hypnose jetzt benutzt? Ich meine, Sondersensor wäre vielleicht ein One-Hit-Kill. Aber nein, warum setze ich Hypnose ein? Sondersensor. Akkupressur. Spezialangriff erhöhen, was? Ne, Spezialverteidigung, ne? Im letzten Punkt war es so, dass es einen Spezialangriff erhöht hat. Ist es immer zufällig, was Akkupressur benutzt? Wenn man bewirbt? Ich hab keine Ahnung. Komm, benutzt es nochmal. Ich will wissen, was die Attacke so drauf hat. Danke. Und was erhöht sich jetzt? Genauigkeit. Ah ja, der Wert, der sich erhöht, scheint zufällig zu sein. Also ist Akkupressur eine ziemlich gute Attacke. Weil man mit dieser Attacke quasi alle Werte erhöhen kann. Und das plus zwei. Jedes Mal. Also wenn man quasi fast unangreifbar ist, durch Delegator beispielsweise, dann kann man eigentlich ziemlich häufig Akkupressur benutzen und soll durch seine Werte ziemlich stark erhöhen. Bis das Pokémon fast unschlagbar ist. Uh, Golbat. Ich hoffe, jetzt kommt keine Konfusionsattacke. Kofu-Strahlattacke meine ich. Bizarro Raum. Ich sagte, es kommt hoffentlich keine Konfustrahlattacke. Was kommt richtig? Konfustrahl. Wie im letzten Part auch. Los war es damals. Statik. So, jetzt sind wir schneller als das gegnerische Golbat. Sondersensor. Wenn du angreifst, bist du verwirrt. Ey, was ist los mit dir, Bronzl? Du stehst fast vor deiner Entwicklung, glaube ich. Wer mit 32 ist eine gerade Zahl, dann müsste es sich, glaube ich, entwickeln. Jetzt aber. Wehe, du verletzt dich selber. Ich warne dich. Verletze dich bloß nicht selber. Gut, dass da kein Tisch zwischen mir war. Ich hätte jetzt auf den Tisch gehauen. Lässt du dich jetzt von einem Golbat killen? Ist das dein Ernst? Ich meine, Golbat kann dich nicht immer gescheit angreifen. Außer mit Konfustrahl. Super tragen. Verdammte Axt. Das macht mich wütend. Das sind so Kleinigkeiten, die machen mich immer wütend. Ich krieg mich auf wegen Kleinigkeiten. So, jetzt bist du hoffentlich nicht mehr verwirrt. Ich sei es verletzen. Danke. Ja, ich hätte nicht erwartet, dass es ein Warnicke wird. Ungefähr so viel habe ich erwartet, dass es die Hälfte abzieht. Bis. Aha. Bis es eine... Nicht zu rückschrecken. Bis es eine Unlichtattacke. Und deswegen ist die Attacke normal stark, weil unser Pokémon ein Psycho-Pokémon ist. Aber es ist auch gleichzeitig ein Stahl-Pokémon und das tut die Stärke von der sehr effektiven Unlichtattacke wieder ausgleichen zu einer normal starken Attacke. So, Level 32 für Bronzeln. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Bronzeln, wenn wir Glück haben. Und wenn es sich nicht entwickelt, dann ist es Level 34 oder 36 oder 35. Könnte auch sein. 35 ist auch eine schöne Zahl. Da entwickeln sich ja auch viele Pokémon. Okay, es entwickelt sich noch nicht. Anscheinend mit Level 34 oder mit 33. Könnte auch sein. So, was ist hier? Kraterberg. Hier waren wir doch schon mal. So, was ist denn hier? Hier ist... Kommen wir da vorbei? Wildes Pokémon nervt mich nicht. Super! War ja klar. So, ich hau ab. Okay, ich komme hier nicht vorbei. Hier brauche ich Stärke dafür. Oh, ein Item. Wildes Scheiß-Pokémon geht mir nicht. Auf den Sack. Du Scheiß-Pokémon. Geh sterben. Nein, die fangen jetzt nicht zum Singen. Ah, ah, nein. Und dann noch Asynchron singen. Entfluchtseil. Gut, hier ist nichts. Hier brauchen wir Stärke. Hier kommen wir nicht vorbei. You shall not pass without strange. Gut, dann haben wir diese Route erforscht. War ja auch nicht besonders groß. Das waren ja nur ein paar Trainer. Jetzt schauen wir uns an, was sich im Zentrum von Elysis verbirgt. Aber zunächst heile ich meine Pokémon im Pokémon Center. Kann ich meine Speed-Taste benutzen? Ja, funktioniert nicht so richtig, wie ich es mir vorstelle, aber es beschleunigt erst ein kleines bisschen. Es verdoppelt quasi die FPS-Anzahl, glaube ich zumindest. Vor den Ruinen steht ein seltsamer Typ, der aussieht wie ein Raumfahrer. Bei den Ruinen ist nichts Besonderes und gerade das scheint ihn wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Der hat Nerven. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich diesen Raumfahrer zusammen mit meinen Pokémon vertrimmen. Vertrimmen, ein Wort, was ich noch nie gehört habe. So, hier ist irgend so ein... Sieht aus wie so ein Pavilion. Bloß, dass er auf solchen... Dingens ist, auf so... Ständer-Dingens. Ständer, ich habe Ständer gesagt. Ja, ihr wisst schon, auf solche Ebene halt, dass er halt da oben ist. Und so. Ich weiß nicht, wie ich es erläutern soll. Dieser Ort ist ohne Bedeutung. Hier gibt es nichts von Wert. Daher macht es auch nichts, wenn ich hier unsere Galaktik-Bombe zünde. Wenn du dich mir in den Weg stellst, werde ich dich durch einen Pokémon-Kampf besiegen. Also, willst du dich immer noch mit mir anlegen? Klar. Du wachst es, die Team Galaktik in den Weg zu stellen. Das heißt, du nimmst es mit der ganzen Welt. Nein. Mit dem Universum auf. Kampf gegen Team Galaktik. Sein erstes Pokémon. Warum kämpfen die Leute, wo das Universum erobern wollen? Mit Käfer-Pokémon. Die so klein sind wie... Ich weiß nicht. Nerv-Attacke. Bitte nicht. Danke. Keine super effektive Attacke. Kein Gift-Typ. Anscheinend ist es Flugkäfer. Nice Typ. Morgengrauen. Nerv-Attacke Nummer 2. Mann. Jetzt haben wir das wieder abgezogen, was er gerade geheilt hat. Super. Wehe, du setzt die Attacke noch... Mal ein. Scheiße, dass ich kein Game-Mod gerade in der Umgebung habe. Sonst würde ich das nebenzu so zocken. Bis dieses Papinella down ist. Weil es jetzt nur Morgengrauen ein... Okay, endlich mal was anderes. Windstoß. Ich glaube, Windstoß wird zum ersten Mal in der Geschichte von Pokémon mit einem scharfen S geschrieben. Soweit ich weiß, wurde es in der ersten Generation mit zwei S geschrieben. In der zweiten Generation genauso und in der dritten bin ich mir ein bisschen unsicher. Ich glaube, auch mit zwei S. Ab der vierten wurde es dann mit einem scharfen S geschrieben. Aber wie gesagt, ich kann mich auch irren. Ich bin mir bei der dritten, wie gesagt, nicht so sicher. Ach ja, Windstoß. Immer wenn ich an Windstoß denke, an die Attacke, muss ich an Taubsee aus der ersten Generation denken. Die konnten damals alle auf der Route 1 Windstoß. Du bist einem Taubsee begegnet, es konnte sofort Windstoß, egal was für... äh, wer es für ein Levels hatte. Manchmal konnte es sogar Sandwirbel auf der Route 1. Ja, ja, deswegen ist Windstoß einer meiner... Ja, einer meiner, ähm... Wie sage ich? Einer meiner bekanntesten Attacken, sage ich mal. Einer der bekanntesten Attacken, die ich kenne. Und auch einer der Attacken, die ich am längsten kenne. Das wird mir alles zu viel. Ich habe auch nur zwei Hände. Dieser Ort ist doch ein Nichts. Da verschwinde ich besser. Ja, hau bloß ab. Niemand will so eine... Schwucht... Schuchtbild sehen. Oh, du warst großartig. Du bist vielleicht ein Trainer. Als Älteste von Elysis spreche ich dir unseren Dank aus. Oh, der Talisman. Darf ich... Mir den mal ansehen, Kindchen. Was sagst du? Sintia hat ihn dir gegeben. Damit du ihn mir bringst? Diese Sintia. Sie ist übrigens meine Eltenkelin. Was du nicht sagst. Dieser Talisman wurde vor ewigen Zeiten hier in Elysis angefertigt. Er wurde zu Ehren der mystischen Pokémon-mystischen Gottheit hergestellt, der die Region Sinnos ihre Gestalt gab. Es gab mehrere von diesen Talismanen. Und ab und zu findet man einen von ihnen. Wenn du schon einmal hier in Elysis bist, warum siehst du dir dann nicht einmal die Ruinen an? Dann können wir da jetzt rein. Schauen wir mal nach. Ach ja. Hier ist ja gar nichts. Betrug! Oh, was ist hier? Kevin versucht die antike Höhenmalerei. Die Wand ist voller mysteriöser Zeichen. Drei seltsame Symbole formen ein Dreieck. Und in der Mitte dieser Anordnung befindet sich eine glänzende Sphäre? Was hat das nun zu bedeuten? Ich weiß es auch nicht. Diese Höhenmalerei scheint folgende Bedeutung zu haben. Einst gab es ein Wesen. Es war mächtig und wurde in seiner Zeit deswegen verehrt. Diesem Wesen gegenüber standen drei Pokémon. Diese hielten das Wesen in seiner Balance, indem sie ein Dreieck bildeten. Das sagt eine alte Legende aus Sinnoh, die man sich noch heute in Elysis erzählt. Ach ja, ich habe da etwas, das dir vielleicht nützlich sein wird. Es gehörte meine Enkelin, aber sie braucht das nicht mehr. Vor allem drei Surfer. Wir können jetzt auf Pokémon reiten und übers Wasser gleiten. Sehr schön. Hat ein Pokémon Surfer gelernt, kann es dich über Gewässer und Meere tragen. Aber meine Enkelin hat noch etwas anderes über diese Attacke gesagt. Jetzt fällt es mir ein, um Surfer auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Zu können benötigst du den Orden der Arena von Herzhofen. Genau das war es. Aber dabei kann ich dir wohl nicht behilflich sein, für dich. Okay, wir brauchen zuerst den Orden, damit wir Surfer benutzen können, außerhalb eines Kampfes. Aber wir können Surfer eines unserer Pokémon beibringen. Und zwar bin ich Surfer natürlich meinem Starter bei, meinem Wasserstarter. Surfer. Eine sehr gute Wasserattacke. Ich meine, er hat eine Stärke von 95 und eine Genauigkeit von 100. Wenn da noch Depp drauf ist, beträgt die Stärke 180. Ich verlende Blubstrahl. Okay, jetzt kann unser Vorto endlich mal eine gescheite Wasserattacke. Blubstrahl war auch eine gute Attacke, aber Surfer ist besser. Gut, und wer ist das? Hier scheint eine unbedeutende Auseinandersetzung stattgefunden zu haben. Dabei sollte jeder ein paar Schritte zurücktreten und das Ganze aus einer größeren Perspektive betrachten. Ja, aus einer größeren Perspektive, die, die das Universum mit einbezieht. Mein Name ist Zyros. Ich strebe nach der Kraft, mit der ich eine neue Welt erschaffen kann. Eine Welt ohne Zank und Unfrieden. Aber diese Kraft scheine ich hier nicht zu bekommen. Haben wir uns nicht schon einmal getroffen? Am Katerberg? Wenn du in den Legenden von Sinnoh etwas über eine besondere Kraft hörst, dann sag es mir bitte. Denn diese Kraft ist es, was ich für meine neue Welt brauche. Ja, vielleicht. Wenn du ganz lieb fragst, sag ich dir vielleicht. So, wir können jetzt endlich Lamina herausfordern. Diese feige Sau, die hat sich ja auch schon ewig vor uns versteckt. Wir fliegen nach Erzorfen. Ich halte meine Pokémon auch gleichzeitig. Wir haben zwar nur gegen einen Trainer gekämpft, aber wie gesagt, ich halte meine Pokémon immer, wenn ich in einen Pokémon Center gehe. Übrigens, ich muss euch noch was sagen. Und zwar haben wir eine Route noch nicht erforscht, die wir hätten erforschen können. Warum ich die Route übersprungen habe, ist ganz einfach. Und zwar möchte ich diese Route für meine zwei nächsten Team-Pokémons oder eigentlich für mein nächstes Team-Pokémon übrig lassen, damit wir hier trainieren können mit unserem neuen Pokémon. Und zwar haben wir diese Route hier nicht gemacht. Die werden wir machen, sobald wir unser fünftes Team-Pokémon haben. Und wir werden unser fünftes Team-Pokémon haben, nachdem wir den nächsten Orden haben. Also quasi, kurz gesagt, im übernächsten Part werden wir damit beginnen, unser fünftes Team-Pokémon zu holen, nachdem wir im nächsten Part Lamina besiegt haben. Also, ich wünsche euch dann noch was. Bis zum nächsten Part. Wir fordern dann Lamina raus. Endlich mal. Bis dann. Ciao, euer Yank-Helpe.